Egal, was ich tue. Egal, wie sehr ich mich auch bemühe. Spider-Man hat meinen Vater umgebracht. Ich will ihn tot sehen. Es trifft immer die, die ich am meisten liebe. Ich kann nicht ständig nur an dich denken. Ich werde heiraten. Ich will mein eigenes Leben führen. Mit Spider-Man ist es vorbei. Meine Damen und Herren, heute erleben Sie die Geburtsstunde einer neuen Energiequelle. Ich wollte dich heute gern sehen, Peter. Sie fotografieren Spider-Man doch immer. Wo ist er? Ich glaube, in jedem von uns steckt ein Held. Auch wenn wir dafür manchmal das aufgeben müssen, was für uns am wichtigsten ist. Sehen wir nach, wer hinter der Maske steckt. Ich bin ein Held.